Der britische Pfund ist auf einem Rekordtief. Noch nie in der Geschichte des Pfunds war er so tief im Vergleich zum US-Dollar. Putin bereitet sich auf eine militärische Eskalation, eventuell sogar atomar vor. Und bekanntlich sind wir, was die Inflation angeht, auf einem 40-Jahres-Tief, wie Jerome Powell zuletzt im Meeting gesagt hat. Ich wünschte, es gäbe einen schmerzlosen Weg, die Inflation zu bekämpfen, aber es gibt ihn nicht. Die Frage stellt sich, stehen wir aktuell kurz vor dem kompletten Wirtschaftskollaps und was wird mit dem Bitcoin passieren? All das in dem heutigen Video. Falls du noch auf dem Kanal bist, lass gerne ein Abo da. Hier findest du alles rund um das Thema Kryptowährung, aber auch in letzter Zeit Makroökonomie, Wirtschaft und so weiter. Ich würde sagen, lass uns keine weitere Zeit verschwenden und let's do this! Ja, sind das jetzt aktuell hier die letzten Tage. Ich zeige euch jetzt einfach mal hier einen Chart und zwar sehen wir hier einmal den Euro und den Pfund im Verhältnis zum Dollar. Und ihr seht diesen historisch krassen, also man kann da wirklich kein anderes Wort für sagen, Kollaps. Hier nochmal der Pfund. Ihr seht, wir sind mit dem Pfund tatsächlich unter das vorherige Tief, was damals 1985, 86 Bestand gefallen. Das heißt, der Pfund ist auf einem Tiefstand, wie er es, seitdem es ihn gibt, nicht war. Und der Pfund ist nicht irgendein Shitcoin, der irgendwo gelistet ist, auch wenn aktuell der Charte danach aussieht. Das ist die Währung eines Landes, United Kingdom, das einst mal eine Weltmacht war und das gar nicht vor so langer Zeit. Einst mal auch die Weltreserve-Währung gestemmt hat. Also unglaubliche Zeiten, in denen wir uns befinden und das signalisiert uns auch, in was für einem Ausmaß aktuell wirklich diese globale Krise ist. Der Pfund und der Euro sind im Sturz. Der Dollarindex ist am steigen. Und ich möchte mich heute in diesem Video ein bisschen mit der Makrowirtschaft beschäftigen. Ihr wisst ja, ich habe diesen gigantischen Makro-Chart, auf dem sich alle Informationen, alle Datenpunkte, die quasi relevant wirtschaftlich betrachtet sind, befinden. Und ich möchte heute mal Step-by-Step in jeden dieser Faktoren reinschauen und mit der Vergangenheit vergleichen, damit wir schauen können, okay, wo befinden wir uns aktuell. Erstmal fangen wir ganz oben an. Ganz oben sehen wir den S&P 500. Ihr denkt euch jetzt, warum war der S&P 500 2000 im Jahr 2000 höher als jetzt? Der Chart müsste doch eigentlich anders aussehen. So müsste nämlich der Chart eigentlich aussehen. Der müsste ja einfach die ganze Zeit nur steigen über die letzten Jahre hinweg. Warum sieht er in diesem Chart hier anders aus? Das liegt daran, dass ich hier den S&P 500 in Verhältnis zur M2-Geldmenge gesetzt habe. Das heißt, um ein bisschen mit der Geldmenge zu adjustieren und die realen Zahlen in Verhältnis zur Geldmenge, die sich ja massivst erweitert hat, darzustellen. Und was wir hier erkennen können, ist, dass wir in Verhältnis zur Geldmenge, die dazugekommen ist, gar nicht mehr auf dem Hoch sind. Ich habe hier in Rot die jeweiligen Wirtschaftskrisen einmarkiert. Einmal die Dotcom-Bubble, dann die große Finanzkrise 2008, den Covid-Crash. Und jetzt aktuell befinden wir uns hier zu diesem Zeitpunkt hier. Wir sind schon sehr, sehr viel und sehr, sehr stark gefallen. Wenn wir uns den Chart hier nochmal anschauen, S&P 500. Hier sehen wir übrigens den Bitcoin drüber gelegt. Und wir können erkennen, seitdem es den Bitcoin gibt, korreliert der Bitcoin super stark. Vor allem in den letzten zwei Jahren mit den traditionellen Märkten. Das heißt, die Richtung des Flusses wird von den traditionellen Märkten und der Makrowirtschaft angegeben. Der Bitcoin hat nur ein höheres Beta. Und das können wir erkennen, er schlägt mehr aus in beide Richtungen. Fangen wir erstmal ganz oben an. Ganz oben seht ihr einmal den Ölpreis. Und wenn wir den hier mal ausfahren, dann sehen wir, der Peak vom Ölpreis während des 2008er-Crashs, ungefähr 140 Dollar. Der war damals zu dem Zeitpunkt, als der Crash noch nicht angefangen hat. Das heißt, der Ölpreis ist gepiekt und dann kam erst der große Teil des Crashes, wo es wirklich irrational tief nach unten ging. Der Ölpreis ist dementsprechend während dieser Zeit mit runtergefallen. Und nachdem der Ölpreis angefangen hat runterzufallen, ist die Inflation, die damals auch sehr hoch war für damalige Verhältnisse. Wir sind jetzt drüber. Damals war sie bei ungefähr 5%. Danach ist die Inflation auch runtergefallen. Also als erstes, das müssen wir uns natürlich merken, ist der Ölpreis gefallen, dann ist die Inflation gefallen. Und zu dem Zeitpunkt, an dem die Inflation gefallen ist, wie wir sehen können, ist der Ölpreis schon tief gewesen. Dann ist die Inflation gefallen. Aber auch die Aktienmärkte, auch die Finanzkrise ist dann erst passiert. Aktuell ist der Ölpreis auch schon am Fallen. Wenn das hier unser Peak war bei 120 Dollar, wir sind jetzt hier schon gerade am Fallen. Wir könnten uns jetzt hier befinden, sofern das jetzt hier nicht noch eine zweite Runde annimmt. Aber wenn wir uns das jetzt nochmal dann im Verhältnis zur Inflation angucken, auch die Inflation wartet gerade darauf, von dieser Klippe zu fallen. Kurstechnisch im Verhältnis zu damals sind wir aber hier schon relativ stark gefallen. Jetzt ist die Frage eben, steht uns so ein Crash jetzt noch bevor? Nochmal weitere 20, 30, 40%. Und da schauen wir uns jetzt einmal einen weiteren Chart an, und zwar den Dollarindex. Was wir erkennen können, hier, das ist 2001, das ist nicht 2008. 2008 war eine andere Situation. Natürlich, ich weiß, man kann das nicht vergleichen. Damals war der Dollarindex viel, viel schwächer. Verhältnismäßig ist der Dollarindex dann in der Zeit, als quasi der Crash passiert ist, angestiegen. Das heißt, während des Wirtschaftscrashes ist der Dollar angestiegen. Der Trade, den wir aktuell eben haben. Entweder Dollar steigt oder alles andere. Aktuell, was wir sehen können, der Dollarindex ist auf dem Weg, quasi ein neues Hoch zu, ein neues Allzeithoch zu bestreben. Er ist schon sehr, sehr stark am Ansteigen, auch während des Crashes hier. Was wir auch sehen, hier ist die Fed-Fundrate, die Zinsrate. Die Zinsrate wurde gecuttet während des Crashes. Das ist hier entscheidend. Während des Crashes wurde die Zinsrate nach unten gebracht. Das heißt, während die Kurse gefallen sind. Aktuell ist sie aber noch am Steigen. Das ist entscheidend an dieser Stelle, denn die Zinsrate gibt ja den Takt für die Weltwirtschaftspolitik quasi an. Und das Interessante ist, auch während des Crashes, beziehungsweise zum Höchstpunkt des Crashes, was wir hier sehen können, Fed-Balance-Sheet-Growth per annum. Das heißt, die Geldmenge wurde ganz, ganz krass ausgeweitet. Ähnlich wie beim Covid-Crash, wo dann Geld gedruckt wurde und wir quasi aus der Krise wieder stärker, nicht wirklich stärker, aber höher, hochexplodiert sind, wurde da Geld gedruckt und dann gingen die Märkte wieder hoch. Aktuell haben wir das nicht. Im Gegenteil. Wir haben eine restriktive, liquiditätsentnehmende Geldpolitik. Ein anderer Faktor, der damals war, ist, dass die Arbeitslosenquote, das ist hier das Nächste, die Unrate, die Arbeitslosenquote, zu dem Zeitpunkt, als die Krise passiert ist, als der Crash passiert ist, angestiegen ist. Was wir erkennen können aktuell, dieser Anstieg ist genau dann passiert, während der Crash passiert ist. Ihr könnt sehen, das Ganze ging so richtig 25. Februar los bis zum Peak 19. September. Wenn wir uns jetzt hier den Crash anschauen, sind wir hier ungefähr 25. Februar. Da, wo ich mich hier gerade befinde, wo das Rote wirklich anfängt, bis hier ist die Arbeitslosenquote angestiegen. Und in diesem Bereich hat die Fed dann ihre Geldpolitik geändert und ihr seht, der starke Pump ist passiert. So, aktuell, wenn wir uns die Arbeitslosenquote ansehen, ist sie sehr niedrig weiterhin, aber beginnt auch langsam zu steigen. Das ist erforderlich, damit die Geldpolitik sich wieder drehen kann. Die Arbeitslosenquote muss steigen, damit der Fed nichts anderes übrig bleibt, als die Geldpolitik zu drehen. Das ist wichtig, hier an dieser Stelle das zu verstehen, weil sonst liegt es in ihrem Interesse und sie werden es weiter straffen. Ein anderer Faktor, die invertierte Zinskurve. Wir wissen ja hier, unsere Zinsinversion von der Zinskurve der Staatsanleihen, der 2-Jahres- und 10-Jahres-Staatsanleihen, ist deutlich tiefer als damals. Das ist hier ein wahnsinniges Bild. Das Interessante ist, damals, als die Zinskurve invertiert ist, war das vor dem Crash. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, wo der Kurs sich dann erholt hat, waren wir schon lange nicht mehr invertiert mit der Zinskurve. Aktuell sind wir noch invertiert. Das heißt, hier wieder ein konträres Signal dafür, dass es wahrscheinlich noch oder vielleicht noch tiefer geht. Ein anderer Faktor, der aber auch interessant ist, hier von der University of Michigan, das Consumer Sentiment, quasi sowas wie der Fear and Greed Index, ist tiefer als bei der Dotcom-Krise, wo wir ein historisches Tief hatten, auch während des Crashs. Während des Crashs war es immer am tiefsten. Es stellt sich die Frage, gut, was wird als nächstes passieren? Und das ist, wie wir bekanntlich wissen von den anderen Videos, die ihr hoffentlich auch schaut, alles von der Inflation und der Arbeitslosenquote abhängig, damit der Umstand nicht mehr gegeben ist dafür, dass die Fed die Zinsen weiter erhöhen kann und ihre Geldpolitik drehen kann. Und die Inflation aktuell befindet sich an einem Scheidepunkt. Ihr wisst ja von meinen vorherigen Videos, die Kerninflation ist wieder gestiegen, die Headline-Inflation ist gefallen, aber ich habe euch auch diesen Chart gezeigt, den CPI und PPI. Das heißt, CPI ist unsere Inflation, PPI ist die Produzentenpreis-Inflation. Und was wir hier erkennen können, ist, dass der CPI und PPI sich wieder angenähert haben, dieser leere, offene Spalt dazwischen sich aufgelöst hat, nach unten hin. Das heißt, positiv, fallend, die Inflation könnte vorbei sein. Aber es könnte auch genauso gut erst die erste Welle gewesen sein und jetzt geht beides nach oben im nächsten Monat. Das ist die Angst und die Gefahr und der Punkt, an dem wir uns befinden. Denn das aktuell könnte quasi der Anfang von abfallender Inflation sein, aber auch der Anfang vom Ende. Der Anfang von noch mehr ansteigender Inflation und dementsprechend eines noch viel tieferen Crashes. Jetzt ist die Frage, wenn ihr das jetzt auch nachvollzogen habt, wie hoch soll denn der Dollarindex noch steigen? Wie tief sollen noch Euro und Pfund fallen? Ist das jetzt das Auflösen der Allesblase? Und ich sage euch ehrlich, ich weiß es nicht. Aktuell sieht alles und vieles mehr negativ aus als positiv. Aber meistens, wenn alle negativ gestimmt sind, ist der Moment, an dem man eigentlich sich vom Rudel trennen sollte, antizyklisch denken sollte und quasi Gegenposition einnehmen sollte. Natürlich nicht nur, um die Gegenposition einzunehmen, sondern weil man eben Gründe dafür hat. Das Interessante beim Bitcoin aktuell ist, dass der Bitcoin im Verhältnis zu diesen ganzen Währungen, die gerade verfallen, seitwärts sich bewegt. Natürlich im Verhältnis zum Dollar ist er auch gefallen, auch von 70 auf 20. Aber im Verhältnis zum Pfund, im Verhältnis zum Euro, vor allem über den letzten Monaten weg, ist der Bitcoin stabil geblieben. Und obwohl wir so krass negative Zeiten haben, ist der Bitcoin immer noch bei 18.000. Und das ist der Moment, an dem ich dieses Video dem widmen sollte, dass selbst wenn jetzt dieser große Crash passiert, selbst wenn wir jetzt in den Aktienmärkten nochmal runterfallen, die Inflation steigt an und wir fallen viel tiefer. Wann passiert das übrigens? Die relevantesten Inflationsdaten bekommen wir am 12. und 13. Oktober. Das heißt nicht mehr allzu lange. Dann entscheidet sich quasi unsere Richtung, was passiert. Und selbst wenn sie unglaublich negativ sind und das weiß keiner, weil es davon eigentlich im Grunde genommen ausschließlich abhängt, ganz simpel gesagt, natürlich hängt es auch davon ab, wie die FED darauf reagiert. Aber wenn wir davon ausgehen, dass sie so reagiert, wie sie aktuell bisher schon reagiert hat, dann wird der Bitcoin, wenn die Zahlen negativer sind als erwartet, auf jeden Fall tiefer fallen. Wie tief kann euch keiner sagen, aber ihr seht, hier ist liquiditätstechnisch nicht viel passiert. Erstmal wahrscheinlich auf die 14, 15, 16k, dann vielleicht 13, 12k bis runter zu 11k. Tiefer als 11k sehe ich den Bitcoin, auch wenn die Welt untergeht, nicht fallen. Natürlich ein bisschen überspitzt, aber wenn es wirklich vom Schlimmsten, Allerschlimmsten ausgehen, militärische Eskalation, atomare Eskalation, Weltwirtschaftskrise und so weiter, glaube ich, dass 11k der Boden sein wird. Was heißt, ich glaube es, selbst wenn wir tiefer fallen, ich persönlich freue mich, denn ich werde einkaufen. Denn ihr müsst verstehen, unter diesen unglaublich schwierigen Zeiten ist der Bitcoin der einzige Lichtblick, den wir haben. Ihr seht es, wie Währungen, wie der Pfund, die so viele Jahre etabliert sind, das ist kein Shitcoin, den es seit gestern gibt, das ist der britische Pfund, am Einstürzen sind und der Bitcoin, der bleibt klach. Warum? Weil Leute kaufen, genauso viele wie verkaufen. Und das sollte ein Signal für euch sein zu verstehen, wie relevant der Bitcoin ist, was das für hartes Geld bedeutet. Natürlich kann das tiefer fallen und keiner kann euch faktisch sagen, wo wir sein werden. Weil keiner vorhersehen kann, was mit der Inflation passiert, außer man hat irgendeinen Edge, irgendwelche Insider-Informationen. Aber es sind so viele Faktoren, die aktuell aufeinander spielen, dass wir einfach nur abwarten und observieren sollten und gegebenenfalls eben diese Opportunitäten und Möglichkeiten nutzen sollten, wenn wir sie bekommen. Und das ist quasi die Main-Aussage dieses Videos. Ich persönlich werde jede 1000 Dollar in 1000 Dollar Schritten den Bitcoin nach unten hin kaufen. Ich werde mich in den Markt immer tiefer und tiefer positionieren, egal wie tief wir fallen sollten. Und wenn wir steigen sollten und wenn wir eine positive Überraschung, was die Inflationszahlen kriegen sollten, und der Bitcoin plötzlich wieder ansteigt, dann habe ich auch kein Problem, mich damit höher wieder einzukaufen. Denn gegebenenfalls, dass sich die Weltwirtschaftssituation auch wieder bessert. Denn davon ist aktuell alles abhängig. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video aufzeigen, wie ich den Markt sehe, wo quasi meine Einschätzung ist. Ich persönlich bin aktuell leider den Daten entsprechend eher negativ als positiv. Das heißt, ich gehe mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit aus, dass wir fallen, als dass wir steigen. Ich kann natürlich falsch liegen. Man sollte das nicht deterministisch betrachten, denn es hängt von den Ereignissen ab. Und ich habe keine Ahnung. Es kann auch sein, dass wir eine richtig krass positive Downside-Überraschung kriegen, dass die Inflation quasi auf 5% abgefallen ist beim Quad-CPI. Und dann werden die Märkte auf jeden Fall pumpen. Ich werde alles quasi so dementsprechend einschätzen und mitnehmen, wie es dann am Ende kommt. Und ich plädiere an euch, das genauso zu tun. Versucht, auf die Daten zu reagieren und nicht ein festes Narrativ in eurem Kopf zu haben, was ihr dann so passieren sehen wollt. Das ist quasi mein Tipp an euch an dieser Stelle. Ich hoffe, dass ihr euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über ein Like freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Peace.